Ja gar nicht 1 gegen 1, wenn du gewinnst gebe ich dir Prime, mit dem Prioniev muss er noch 1-on-1s machen. Wieso kriege ich diese Fragen? Ich glaube ich muss auch anfangen gegen Leute mit 1-on-1s machen für Sub. Das muss advanced sein, ich würde dann so safe Millionen von Sub machen. Aber ich bin nicht... Ihr wisst đội als Sub. Und ich könnte mich nicht nur auf Kran-Zachstuhl gehen. Das war ich immer, wenn es ganz nah an. Ich könnte mich nicht nur auf Kran-Zachstuhl unterstützen. Aber ich würde das nicht so früh auf mich wenden, dass ich den Kran-Zachstuhl. Ich würde mich nicht so früh auf den Kran-Zachstuhl gehen. Ich glaube, dass ich nicht so früh auf die Sitzung. Ich werde mich nicht so früh, wenn ich mich nicht so früh auf jeden Fall war. Aber ich habe es gesagt, dass ich die Kran-Zachstuhl auf similarity. Vielen Dank. 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 ... 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 Du weißt, wie kann ich von deiner Mom? Ja, Viko. Eigentlich heiße ich Viko Triona, boh. Ich kann dich nicht hätten, aber du mich schon, okay, okay. Verstehst du das nicht? Ja. Durchtreibt ja? Wenn man ja Prime verstehst du nicht, Digga. Oh, fuck. Wohin, Digga, holen? Wohin, Digga, holen? Wohin, Digga? Ja. Deutscher Fing. Deutscher Fing. Schießt du Beschwände heute, oder? Ja, heute, ich will einfach Crack den Fort einmal. Nein, sein Name war Lukey, Gamer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist das. Ich bin Eiweih. Ich bin Eiweih. Nein, das ist das. Das ist das, was ich. Niedern die. Bescheid. Was ich nicht? Oh ja, ich bin. Was immer gut? kleiner kaffeeck du kleiner Jungs ist in der Karte, ja Kommst du Lobby? Wir sind 24 MTS, der erste Platz ist Das ist ein Solo-Cup, Alter. Willst du das machen nochmal? Build-Fight? Oder wollen wir ranken? Build-Fight war rank. Oder Build-Fight war rank. Aber warum... Warum... Wolltest du keinen Fall ranken? Wolltest du keinen Fall ranken, wenn man fragen darf? Weil ich aber neue Optionen haben wollte. So, ich bin überall seit über ein Jahr drin. Und es braucht auch nicht so von... Wenn man so sieht, dass der Ork jemand anders bevorzugt, der nicht mehr in der Ork ist als man selber. Das ist nicht so gut. Oh, hier ist ein bisschen hässliche Scheiße. Wollt nicht rein, nicht rein. W... 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 Das ist ein Tor. Nein, beim ersten wurde ich gefragt, beim zweiten wurde ich nicht gefragt, aber um ehrlich zu sein, kann mir auch besser sein, weil ich hab eh schon nicht gegangen. Ich hab eh nicht gegangen. Weil das alles Sachen sind, die ich nicht machen darf. Die sind in den Club gegangen und ich bin 16 Jahre alt und ich lass mich in sowas reinschmuggeln. Da kann ich auch nicht wieder reinzuschmuggeln. Da bin ich so der Typ sehr gut. Oh, gut, dass ich sie sehen konnte. Ich hab das hier so die... Ich hab den, was du dann sehen kannst, wo ich so einen. Oh, oh, Digga. Die zwei Werkzeugen zurückschalten, Digga. Digga, ich werde nicht mehr. Ich werde nicht mehr, Digga. Deinste neuer? Weiß ich noch nicht. Aber ist hier deine, oder? Du kleiner, komm weg. Du kleiner Hänger, Digga. Du kleiner, wisse. Oh mein Gott, was habe ich jetzt gemacht? Digga, was habe ich für dich gemacht? Digga, ich habe dich gefingert. Du hast alles gemacht gerade. Du hast alles gemacht. Das war echt, was habe ich mir gedacht? Du hast's gemacht. Du hast es gemacht. Du hast es gemacht. Du hast es gemacht. Ich kann dir also gefragt, wie schnell ich bin gerade komplett kam. Du bist ja sicher. Du bist ja sicher nicht so gut. Du bist ja sicher nicht so gut. Ich glaube ich will sie sehen wie ich mein ganzes Zettkampf mache, ne? Oh ja, ich bin deine neue Bucht. Willst du mal gegen mich? Alles gut, wir sind noch gut, ne? Denk mal nicht, dass du hin bist, Großer. Ich bin hin. Oh mein Gott. Sag mal, Eule, dass er stinkt. Hab ich gemacht. Na ja, schreib das. BN10 YouTube. WTF? Ja. 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 Ja, du hast die aktuell ansteigen. Aber ich bin jetzt auf die Noti. Ja, ich hab sogar einen Aufrahr verhalten. Ja, ich hab sogar einen Aufraber gezogen. Das wird sicher sein. Ja, ich hab zwei特at. Das ist eins zu machen. Ja, oh mein Gott, vor zwölf Jahren hab ich die Bandaschen eigentlich hingebaut, Digga. Oh mein Gott, oh mein Gott, ey, du wirst jetzt nicht irgendwas kaputt machen. Das ist einfach deine Schatz. Dann ist halt die Späne. 180 Hertz ohne Tor? Ja, Xesi, da steht noch immer mein Commander drin. Wo ich da lesen und denken kann, das ist manchmal ein kleiner Vater. Boah, du bist so eingepackt worden, ne? Ach, Digga. Was wohnst du das, Mann? Wenn du blazen willst, deswegen hab ich da eingeblazt. Dann war meine. Dann war tot. Lass mich da rein, du Wisser, Digga. Ey, komm rein und gehen wieder raus, Digga. So. Ach, Mann. Wenn die brauchen, kann ich mal lesen. Ausreden. Wieso freu ich mich eigentlich? Ja. Bes ich dann in... in drei, drei Stunden gebrochen war. Dann hat sie mir losgemacht. Jetzt gefickst ich, ich freu mich, Digga. Ich fisch. ich bin nicht verfickt noch mal google bruder herz sei doch einfach selber ich bin der unfallseinfalls recht mensch genau so in meinem armen sieger also gefragt wie er sich nennen soll ja egal bin ich nicht der weg wenn ich aber gleich das haben wir erst meine mutter darf ich mal ein scheiß erstes abmessen monat der gar nicht mal gleich mit herz weil und ist ein super game ja wenn man es kann ja ich ja Mard! Piss ich mir! Ich weiß nicht, ich weiß nicht! BAM! Verpiss ich!